hallo ihr lieben und herzlich willkommen in der chaos kitchen 51 heute zu einem neuen kurzweiligen rezept video das heutige rezept habe ich von einem befreundeten kanal von curry koch und es gibt heute bei mir eine guacamole avocado becher mit kirsch tomaten das ganze ist gluten und laktose frei und ich wünsche euch jetzt viel spaß mit dem rezept und Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018